Wackenradio präsentiert den Hämatom-Beichtstuhl. Der freakige Podcast von und mit Hämatom. Nur live auf Wackenradio und unter Hämatom.de. Hahaha, da haben die beiden Backstage-Touristen tatsächlich mal einen guten Auftritt hingelegt und schon denken sie, sie könnten sich mit Ossi Osborn vergleichen. Dicker, das was ihr lahmen Suffköppe hinter der Bühne veranstaltet, das hat Ossi zum Frühstück mit zwei Frauen an seinem Pimmel geiler und krasser gemacht. Man, 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 nehmt euch mal ein Beispiel an mir und meiner Jacke, dann könnt ihr vielleicht mal verstehen, wie es eigentlich laufen müsste. Aber egal, ihr Hühnerficker könnt eh nichts anderes als mich in den Tod labern. Das stimmt, wir können wirklich nichts anderes, und zwar mit nichts anderes meinen wir gar nichts anderes, als euch da draußen in den Tod labern. Hallo, hier ist euer Bestattungsunternehmer Ost und Bestattungsunternehmer Süd. Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, euch geht's genauso gut wie mir und, Entschuldigung, jetzt der Esel nennt sich immer zuerst, wie Süd und mir. Wir sind ein bisschen so slow down. Wir sind slow down. Nö, ich bin eigentlich mehr dran. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, eine richtig geile, flotte Sendung hinzukriegen. Okay, also dann musst du mich mitreißen, weil ich bin wirklich, ich bin noch geflasht von diesem Wochenende. Ich hab auch am Anfang dir schon gesagt, mir kommt das so vor, als wäre der letzte Podcast irgendwie vier Wochen her. Da ist so viel passiert. So ereignisreich. Wahnsinn. Was tatsächlich mir, was tatsächlich mir so komisch vorkommt, ist, ich bin ja nach Wacken gelaufen und es ist so lang, so weit weg, dass ich das überhaupt nicht, als hätte ich das niemals gemacht. Ich frage mich tatsächlich heute nach dem Aufstehen, habe ich mich gefragt, ob ich das war, ob ich wirklich nach Wacken gelaufen bin. Oh, das ist ja echt interessant. Genau, vielleicht fangen wir damit sogar an. Wie war es, wieder irgendwie in seinem eigenen Bett zu schlafen? Zu Hause anzukommen? Das ist mir. Mal bei seiner Mutter vorbeizuschauen? Das machst du ja, glaube ich, oft. Das mache ich oft. Ich wohne auch bei meiner Mama. Das war mega schön. Hätte ich das nur erreicht. Ich bin nämlich aufs Sofa und bin auf dem Sofa eingeschlafen. Nein. Die letzten beiden Tage. Ja. Ich liebe aber meinen Sofa. Ich bin so ein Sofa-Fetisches. Du, glaube ich, überhaupt nicht. Null. Du, null. Null. Du hast ja auch nicht meinen Sofa. Wieso? Ich habe keinen Sofa. Ich habe so viele Sofas, da könntest du nur zwei mehr davon. Du hast nur zwei Sitzer. Ich schicke dir später ein Bild von meinem großen Sofa. Ich schicke dir später ein Bild von meinem großen Sofa. Schicke mir mal ein Bild von deinem großen Sofa. Wenn, dann ist es neu. Ich kenne den Sofa nicht. Ich kann mich nur an so einen Zweisitzer erinnern. Vielleicht war das auch ein Dreisitzer. Jedenfalls liebe ich meinen Sofa. Ich mag es total, mich da irgendwie reinzuflacken und Fernseher anzumachen, Hirn auszuschalten und irgendwann einzuschlafen. Gestern bin ich übrigens über einen sehr guten Film gestolpert, und zwar The Comedian mit Danny DeVito, Robert De Niro. Verona Ferres, glaube ich, heißt sie. Spielt auch mit. Krass. Sehr guter Film. Aber der ist aber schon locker zehn Jahre alt, oder? Kann das sein? Sie heißt Veronika Ferres, oder? Nicht Verona. Veronika Ferres, ja. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, der ist gar nicht so alt. Warte mal, ich schaue mal kurz nach. Auf jeden Fall eine geile Besetzung. Ja, klingt so. Und auch ein guter Film. Ich glaube, es war nie irgendwie so ein richtiger Kassenschlag. 2016 erst. Andromedy. So, er ist, glaube ich, so ein abgehafteter Star, der früher mal eine richtig gute Fernsehsendung hatte, der richtig bekannt war, und jeder will nur noch irgendwie die Nummern aus dieser Sitcom hören. Er will aber irgendwie ernst genommen werden als richtiger Comedian. Und das haut irgendwie nicht hin und so. Ja, auf jeden Fall ein kleiner Tipp nebenbei. So, reden wir von Wacken. Wacken war der Wahnsinn. Nee, reden wir von meinem Lauf, um das nochmal kurz zu Ende zu bringen. War der Wahnsinn? Irgendwann kam es an. Es gab mehrere Highlights, die muss ich euch jetzt zeigen. Hast du das mitgekriegt mit diesen Polizisten? Ja. Mit diesen geilen Bike-Polizisten, den wir getroffen haben? Aber das wusste ich glaube ich nicht, dass es ein Bike-Polizist war. Ja, das war in Blankenese. Der war da unterwegs am Strand entlang, von links nach rechts. Und hat einfach nur gequatscht. Wir haben den ja mehrmals so irgendwie getroffen, sind mehrmals an ihm vorbeigelaufen. Und er war nur am Labern mit Leuten. Also wirklich, er hatte echt einen entspannten Job. Und es gab, glaube ich, eine Straße, die durfte nicht befahren werden, die war nur für Touristen, also für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt. Und das war irgendwie so sein, da konnte er so härter zeigen, als Bike-Bulle. Ansonsten war er halt nur am Quatschen. Und alleine unterwegs? Müssen eigentlich Polizisten? Alleine. Müssen die nicht zu zweit? Ja, nee, er war alleine unterwegs. Ich glaube, in Blankenese hält sich irgendwie die Drogenverkaufsrate, die ist sehr niedrig, die schaffst du auch alleine. Da wird irgendwie Doppelherz vercheckt. Weißt du, an der Laterne, am, am, ähm, na, wie heißt der? Der Strandkommelade. Nein, was die Fischer davon abhält, gegen die Felsen zu rasen, ein Leuchtum. So am Leuchtum A wird irgendwie Doppelherz vercheckt. Jedenfalls hat der uns getroffen und da haben wir uns gerade eben die Rollerblades herangeschnallt an die Füße. Und dann hat er mich so einen Kilometer oder zwei Kilometer lang begleitet. und hat mich megamäßig ausgelacht, wie scheiße das aussieht und wie kacke ich doch bin. Wann standest du das letzte Mal auf Rollerblades? Oder in Lineskates? Ich weiß es nicht, ob ich jemals auf Rollerblades stand. Ernsthaft? Ja, das ist auch... Dafür hast du es aber wirklich sehr gut gemacht. Das ist aber auch nicht mein, ich würde sagen, nicht mein Instrument. Es ist nicht meine Sportart. Ich hatte auch viel zu sehr Angst um meine Hände, meine Arme. Ja, zurecht. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, scheiße, wenn ich jetzt hinfahre und mir was breche, dann fällt die Wacken-Show aus. Also der gemeinsame Freund Beppo hat auch gesagt, wie bescheuert kann man sein, vor der größten Show der Bandgeschichte sich auf Rollerblades zu stellen. Ja, Beppo, du hattest mega recht. Das hat er mir auch selber reingedrückt nochmal auf den Wacken. Dann hatte ich tatsächlich Angst um mein Steißbein. Ich kenne mehrere Fälle von Leuten, die gesagt haben, komm jetzt mal eine runde Rollerblades und dann fallen die hin und brechen sich so richtig das Steißbein. Und ein Steißbeinbruch muss ein richtig guter Spaß sein. Das muss so eine richtig gute Zeit haben. Da kannst du Gitarre spielen und da wird auch nichts gemacht. Das tut halt einfach weh und verheilt von alleine. Das tut halt einfach weh. Du kannst, glaube ich, nie wieder sitzen. Genau. Muss aber auch ein richtig gutes Ding sein. Davor hatte ich auch ein bisschen Angst. Ja, und dann mit meiner Maske natürlich, weil ich mit Maske unterwegs und nicht mit Helm, dass man einfach so auf den Hinterkopf fällt und einfach tot ist. Ja, ist auch gut. Einfach vor dem Tod hatte ich auch so ein bisschen Angst. Na jedenfalls habe ich mir dann mehr recht als schlecht, nee, mehr schlecht als recht, so fünf Kilometer lang durchgequält auf diesen Teilen. Und zwei davon hat er mich begleitet. Und mein Lieblingssprung war, du siehst ja aus wie eine Elfe. Wie eine Elfe. Ich hätte dabei gedacht, mich zerreißt es wirklich auf diesen Rollerblades. Dann ist er irgendwie verabschiedet, hat uns nochmal zusammengeschissen, weil unser Servicefahrer Heiko da nochmal in die falsche Straße reingebogen ist. Aber er hat nochmal ein Auge zugedrückt. Hat nochmal ein Bild mit mir gemacht, hat Handynummern ausgetauscht und so. Und hat uns viel Glück gewünscht. Hat uns nach Wacken geschickt. Dann fuhren wir weiter und zwei Kilometer weiter stand er tatsächlich an so einer Ecke und hat uns nochmal gefilmt. Anscheinend war ihm langweilig. Und hat uns nochmal gefilmt. Und da hat er den nächsten großartigen Spruch gebracht. Da stand er irgendwie mit seinem Kumpel da. Und der Kumpel hat gesagt, naja, er schaut nicht mehr so jung aus. Oder ist ein bisschen älter. Und da sagt er drauf, ja, der Jüngste ist er nicht. Und dann fragt der Kumpel nach was. Na, der Jüngste ist er nicht. War Nummer zwei, wo es mich komplett zerlegt hat. Wirklich ein großartiger Mann. So, das war die eine Begegnung. Da muss ich euch von einer anderen erzählen, als ich vom, politisch sehr unkorrekt, als ich vom Tätowierladen in Hamburg stand. Kleine Seitengasse so. Geiles Tattoo-Studio. Tatsächlich mega Glück gehabt, dass wir irgendwie den Jabba getroffen haben, dass er sich Zeit genommen hat für mich. Jedenfalls stand ich vor diesem Studio. War so eine kleine Seitengasse. Und auf der anderen Straßenseite stand ein Auto. Da wurde gerade aus dem Kofferraum Umzugskartons. Entladen, ja. Oder ausgeladen. Von einem Pärchen und einer Freundin dieses Pärchens. Und die Freundin war total weiß im Gesicht ausgesehen. Ähnlich wie Nord, so ein bisschen wie Theaterschminke oder so hat sie im Gesicht gehabt. Und die schauen schon rüber zu mir und lachen. Und ich schaue rüber und lache auch. Und dann sagt die Freundin so, Mensch, du siehst ja lustig aus. Und ich sage, ja, ich bin schwarz und du bist weiß. Und sie sagt, was? Und ich sage, naja, du bist weiß und ich bin schwarz. In dem Moment drehe ich mich nach links, kommt ein Dunkelhäutiger vorbei und sagt, was? Und ich sage, naja, ich bin schwarz. Und er, nee, nee, ich bin schwarz, Alter. Ich sage, jo, du bist schwarz, Mann. So, in dem Moment drehe ich mich nach rechts, kommen diese Freundin mit diesen Umzugskartons in der Hand, an mir vorbeigelaufen. Und dann merke ich, dass diese weiße Theaterschminke nicht weiße Theaterschminke ist, sondern Pigmentstörungen. Das heißt, sie hat eine verfickte Krankheit und ist komplett weiß im Gesicht, Alter. Wow, wow, das war irgendwie das zweite Fettnäpfchen innerhalb von ein paar Sekunden. Und du wirst es nicht glauben, wirklich kurz, wir haben noch nicht mal ausgelacht, das waren wirklich, 20, 30 Sekunden später kommt ein Mann über die gleiche Straßenseite rübergehumpelt. Ja, und humpelt so mit seinem rechten Bein und schaut mich so an und sagt, Mensch, wie siehst denn du aus? Und sage ich, ach, naja, ist eine alte Kriegsverletzung. Dann schaut er mich an und sagt, nee, nee, das ist Krebs. Und normalerweise bezeichne ich mich echt als schlagfertig, aber da ist mir nichts mehr eingefallen. Ich habe einfach verschämt zu Boden geguckt und habe nichts drauf gesagt. Schnell weitergelaufen. Wie siehst denn du aus? Das ist eine alte Kriegsverletzung. Nee, nee, das ist Krebs. Wahnsinn. Ja, jedenfalls hat es unser komplettes Team zerlegt. Also Patrick war am Boden, Heiko konnte nicht mehr. Ich war sprachlos. Für mich wirklich tatsächlich einer der besten Momente diese zwölf Tage. Nicht zu vergessen, aber einmal am, das muss ich auch noch kurz loswerden, drei Tage zuvor irgendwie an einem Campingplatz irgendwo in Deutschland. Ich weiß es nicht, irgendwo. Wir haben Listening Session ausgemacht und haben die Listening Session auch durchgeführt. Und waren dann irgendwie eine halbe Stunde später unterwegs zum Campingplatz und fahren zum Campingplatz. Und vom Campingplatz steht eine Horde von Menschen. Relativ gut aussehen, deswegen dachte ich mich sofort und schwarz angezogen, so mit Metal-Shirts, wusste ich sofort irgendwie, alles klar, Hämatom-Fans, dachte ich zumindest. Setz mir die Maske auf, steig aus dem Bus aus, geh auf die Tür und sag, ey Leute, na, ihr seid wegen mir da, oder? Und die schauen wirklich alle, die schauen mich alle komplett sprachlos an. Nee, ich glaub nicht. Alles klar, dann bleibt mir hier weiter stehen. Ich war auf dem Campingplatz. War auch eine gute Nummer. Und hat es wieder herausgestellt? Haben die auf jemanden gewartet? Nee, die waren... Keine Ahnung. Wahrscheinlich war es einfach eine Gruppe Mettler, die auch nach Wacken wollte oder irgendwas. Also sie waren auf jeden Fall nicht wegen mir da. Ja, jedenfalls habe ich es geschafft. Und was ich echt sagen muss, Deutschland stinkt, ne? Deutschland stinkt von unten nach oben. Egal, wo wir waren, es war mindestens zwei, drei Mal am Tag, wahrscheinlich durch die heißen Temperaturen, so ein Gestank in der Luft, dass man es nicht aushalten konnte. Ja, krass. Und was für Gestank? Am Fluss entlang dann irgendwie nach... Oder am See? Am Fluss entlang, ja, viel nach... Also wenn du durch die Dörfer durchgefahren bist, viel nach Biomüll, der einfach vor sich hin brodelt mittlerweile und irgendwie schon irgendwie... ja, zu irgendwelchen Viechern herangewachsen ist und schon Arme bekommt und Beine bekommt und mit mir mitlaufen will, so Roches, und dann auch, dann hast du diese Heuballen, die dann von den Bauern gemacht werden und die dann auch durch diesen... Wahrscheinlich, ist meine Vermutung zumindest als Hobbybauer, dass das so vor sich hingärt, dass es einfach das Stinken anfängt. Okay, krass. Weil eigentlich müsste es ja trocken sein. Ja, aber eigentlich so krass, dass das wirklich nicht aussetzt. würde ich auch sau gerne als Titel dieser Sendung Deutschland stinkt. Für alle, für alle, sollten wir noch irgendwie zwei, drei Prozent AfD-Anhänger bei diesem Podcast haben, hiermit werden wir sie los. Titel dieser Sendung Deutschland stinkt. Das ist gut, ja. Das war, also das war wirklich tatsächlich, und das letzte Mal in Itzehoe, heißt es übrigens nicht Itzehoe, in Itzehoe gerochen, so kurz vor Wacken, da hat es auch plötzlich so das Stinken angefangen. Das ist dann so, über ein, zwei Kilometer zieht sich das hin, dann hört das wieder auf, dann geht es wieder irgendwie normal weiter. Ja, das war meine Erzählung irgendwie zu meinem Lauf. Du, ich habe es geschafft. Zu Deutschland stinkt auch gleich mich einlenken, wie sagt man? Ein Haken, glaube ich. Ein Haken, danke. Hey, ich freue noch ein bisschen Kaffee her. Du bist, du bist richtig, du bist richtig gut drauf, Alter. Null. Leck mich am Arsch. Null, ich bin echt noch durch. Und ich war das erste Mal im Wacken, auf dieser Hauptstraße, um dich in Empfang zu nehmen, um mich freuen, dass endlich der Ost an seinem Ziel ankommt. Und Wahnsinn an dieser Stelle natürlich. Mit vielen tausend anderen. Dass du es durchgezogen hast, findest du unglaublich, aus einer kleinen Wette herausgeboren, hast du so eine Riesenreise auf dich genommen. Echt Respekt, wirklich. Also das ist Wahnsinn. Und die ist ja mega geil, diese Hauptstraße. Ich war da vorher noch nie. Und auf jeden Fall, für alle Wackenbesucher, wenn es euch so ging, wie mir bisher, es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Das ist ja total durchgeknallt, was da abgeht. Und da ist ja auch mittendrin, wahrscheinlich gibt es da mehrere, aber ich bin an einem vorbeigelaufen, mittendrin ein riesengroßer Kuhstall, der auch mega gestunken hat. Natürlich allen Wurscht, außenrum wird einfach Bier gesoffen und mit den Kühen dann weitergefeiert. Aber saulustige Straße. Und jeder, der da wohnt, der macht ja dann irgendwie vom Hotdog-Stand bis zum Kaffee-Bistro-Baumarkt. Einer hat ja so einen Baumarkt aus seinem Haus gebastelt. Die machen ja wirklich alle mit. Ja. Was kannst du da kaufen in dem Baumarkt? Komischerweise habe ich da Rohre gesehen. Ich weiß nicht, wofür man Rohre braucht. Ansonsten glaube ich, es sind auch viele so Campingsachen. Ich glaube, du kannst auch Zelte kaufen. Kabelbinder unserer Geschichten wahrscheinlich. Alles mögliche, genau. Und genau, die Kids, das hatte ich ja irgendwie schon mal bei diesem Wacken-Kinofilm oder was es da mal gab, auch gesehen, die fahren ja dann wirklich mit einem Catcar irgendwie das Bier durch die Gegend oder auch dein Zelt und dein Koffer auf dem Zeltplatz und so mit so Catcars. Ach komm, echt? Ja, ist voll geil. Also macht wirklich das ganze Dorf mit. Aber Catcar ist mit? Ja. Das ist wirklich was Einmaliges, dieses Festival. Das muss ich, also mit dieser Stimmung bin ich wieder nach Hause gefahren. Das ist schon, das ist weltweit was Einzigartiges. Und sag mal, Catcar, Catcar motorisiert oder einfach hier mit treten? Mit treten, aber ein Junge war ganz klug. Kennst du diese Segways für Erwachsene, ne? Die kennst du ja bestimmt, ne? Ja. Und die gibt es ja auch für Kinder. Kennst du die auch? Kostet glaube ich so 100 Euro. Und das sind eigentlich einfach nur zwei, zwei Räder an einem Brett und das Gleichgewicht gleich so selbst aus. Genau. Und einer hat genau so ein Ding in sein Catcar reingebaut. Also die, die, die Vorderräder, die Vorderachse war sozusagen so ein Kinder-Segway und, und hat hinten dran so ein Catcar aufgebaut an diese Vorderachse und der war dann sozusagen, der hatte ein motorisierteres Catcar. Auch, also die, ich glaube die, die tüfteln da ein ganzes Jahr lang rum, um neue Sachen an den Start zu bekommen und natürlich dann auch das Ganze dann irgendwie schneller zu gestalten, weil da verdient sie ja natürlich auch ein bisschen Geld, ne? Wenn die kleinen Kittis da die Bierkästen durch die Gegend fahren, da gibt es schon immer ein Auto, denke ich mal. Aber es ist auch wirklich... Nee, tatsächlich, tatsächlich geil, ich habe es leider nicht gesehen, ich bin ja, bin ja hier vor Tausenden von Menschen empfangen worden, direkt am Eingang dieser Hauptstraße, bin dann, nachdem ich... Mit der Stretchlimo, sind wir dann gleich ins Swip-Zelt gefahren worden. Stretchlimo, dann, genau, haben wir ja ein paar Groupies mitgenommen, weil ich hatte ja zwölf Tage lang keinen Geschlechtsverkehr. Ja. Musste dann praktisch mindestens, warte mal, lass mich raten, pro Tag eineinhalb, mindestens 18 Geschlechtsverkehre nachholen, an dem einen Tag... Die habe ich übrigens für dich ausgesucht. Ja, das war gut, wie gesagt, ich habe dir mehrmals gesagt, keine Männer, keine Männer, aber waren wir dann im Alpferdes-Gefechts dann auch scheißegal. Ja, ich wollte auch eine kleine Überraschung einpacken. Genau. War auch nicht schön, so ein paar Toyboys machen dann irgendwie auch Spaß. Jedenfalls habe ich das, die Straße leider immer noch nicht gesehen. Irgendwann nehme ich mir vor, das zu machen, aber Wacken mal wieder ausverkauft innerhalb von, glaube ich, keine Ahnung, sechs oder acht Stunden. Zurecht. Unglaublich und zurecht, ja. Zurecht. Ich bin dann, ja, nein, zurecht einfach, zurecht. Du, lass uns nochmal ein bisschen über Wacken sprechen nochmal. Jetzt haben wir unseren, oder meinen Lauf irgendwie abgehackt. Der ist jetzt Geschichte, tatsächlich, den Weg nach Wacken, der ist tatsächlich Geschichte, was ich irgendwie so gar nicht glauben kann. Wenn es so mittendrin ist, es gab schon echt auch Scheißphasen, muss ich auch jetzt, einfach nur mal so sagen. Es gab schon so Scheißphasen, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ja, ja, das überrascht niemanden. Es gab sogar, ich habe dann während, also während dieses Laufs, nachts, also wenn ich geträumt habe, habe ich davon geträumt, dass ich die Maske aufhabe und in der Schule wieder bin. Und du warst auch Teil dieses Traums. Ich war in der Schule, musste nochmal die letzten zwei Jahre nachmachen, Schuljahre nachmachen und habe immer die Maske aufgehabt. Und die ganzen Lehrer haben mich dazu gedrängt, diese Maske abzusetzen. Ich habe gesagt, nein, ich habe eine Wette gemacht und ich muss diese zwei Jahre mit dieser Maske durchziehen. Und hatte natürlich keine Aussicht auf Geschlechtsverkehr, weil ich wusste, niemand wird mit einem Typen ficken, also niemand bei Verstand wird mit einem Typen ficken, der eine Maske trägt. Also vor allem diese Maske. Ja, wie gesagt, das war noch eine kleine Story nebenbei. Jedenfalls Wacken. Wir kamen am Donnerstag auf Wacken an. Ich habe meine Wunden geleckt, habe mich kurz geduscht, dann sind wir nach Hamburg gefahren, um mit Trailerpack zu proben. Und das war für mich auch die Überraschung des Wochenendes. So viele da draußen denken, Scheißrapper, einfach Rapper. Ja doch, die Metaller denken tatsächlich, Scheißrapper. Die haben eh nichts anderes im Kopf, so als ein bisschen Drogen nehmen und so und wir haben nichts drauf. Und sind megaassig drauf. Ein Metaller spricht anders. Stimmt, der Metaller spricht anders. Ich weiß, das war nicht wie, aber wie. Jedenfalls haben wir uns da getroffen zum Proben. Die Jungs kamen ein bisschen zu spät, haben aber vorher auch vorbildlich Bescheid gegeben, sorry, wir sitzen hier noch im Hotel und warten auf unser Essen. Und kamen dann rum und haben sich erstmal alle entschuldigt, waren total schüchtern und, und, ja, wie soll ich sagen, kleinlaut auch, also nett, zuvorkommend und haben sich erstmal entschuldigt, dass sie zu spät kommen zur Probe, weil sie haben auch extra was Kleines bestellt, extra im Hotel, damit es nicht zu lang dauert, aber irgendwie hat es trotzdem zu lange gedauert und es tut ihnen leid. Und dann haben wir die Nummer geprobt, mehrmals, also bleib in der Schule. Für alle, die es nicht wissen, wir haben zusammen mit Trailer Park auf Wacken, in Wacken, auf der Bühne, Trailer Park performt, bleib in der Schule performt und haben das irgendwie ein paar Mal durchgespielt bei der Probe. Die waren, glaube ich, recht geflasht, so was, dass Technik irgendwie so geil vorbereitet, dass alles irgendwie so gestimmt hat. Du hast sofort das Gefühl gehabt, das macht denen megamäßig Spaß. Genau, sind nach einer halben Stunde wieder abgedüst, weil alles irgendwie gepasst hat und wir standen so da und waren erstmals ein bisschen perplex. Vor allem, weil ein Teil der Band Trailer Park natürlich Arigato ist oder einer von der Band und wir alle eigentlich seit Jahren riesen Arigato und Trailer Park Fans sind. Es gibt keinen Auftritt von uns, an dem DJ H alias Ost nichts von Trailer Park vor der Show auflegt und von Alligator nach der Show Trailer Park tatsächlich vor der Show, weil es deutlich assiger ist und härter und so, verbal härter und das brauchen wir anscheinend, um so ein bisschen mehr auf die Show einzustimmen und dann war das so surreal, mit denen zusammen irgendwie in einem Proberaum zu stehen und die Sachen zu proben. Also das muss ich sagen, war für mich tatsächlich ein Flash. Das ist abgefahren, wenn man sozusagen Fan einer Musik ist und dann lernt man dazu die Menschen kennen, die dahinterstecken. Und dann ist man aber noch so positiv überrascht, weil ich habe, es ist uns ja schon öfter alles allen passiert, aber es ist sau oft negativ. Ja. Oder so 50-50 oder so, aber es ist auf jeden Fall mindestens genau. 50-50. Samy Der Lücks war einfach 50-50. Guter Typ, passt schon, war schon irgendwie alles gut, aber es war nicht so, dass du rausgegangen bist und gedacht hast, boah ey, wir beide sind jetzt ganz dicker und können da die nächsten 10 Jahre miteinander Musik machen. Das Gefühl hatte ich nicht. Und bei Trainer Park war das total umgekehrt. Es waren wie so Kumpels, als hätten man, als wäre man halt einfach die letzten 10 Jahre zusammen in die Schule gegangen, hätte er jeden Scheiß gemacht, hat er irgendwelchen Omas Handtaschen geklaut und Leberkiss-Sammeln durch den Raum geworfen und so und keine Ahnung, in Backstages gemeinsam gepisst. Also das war das war echt Liebe auf den ersten Ton so. War wirklich richtig gut. Ja. Oder? Hallo, bist du noch da, Alter, oder bist du mittlerweile komplett eingepänt? Nee, das ist schöne Worte. Ist das ein Ost-Special hier? Liebe auf den ersten Ton, das sind tolle Worte. Ist das von dir? Ja. Das ist von mir, jetzt gerade von... Warum sollst du einen Song draus basteln? Naja, ich bin jetzt, ich bin jetzt, was irgendwie verbale Lyrik angeht, also was Lyrik angeht, bin ich jetzt voll am Bus der Zeitung. Ich habe jetzt vier Tage mit Rappern verbracht und so. Ich habe sogar mit Alligator bei dieser Late-Night-Show Bon Jovi gerappt. Ich habe mich voll abgefeiert dafür. Alligator, falls eher peinlich. Ich, ich, äh... Und sag mal, wurde das eigentlich irgendwie aufgezeichnet? Da war ich ja leider nicht dabei. Nee, da bin ich jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, leider nicht. Und was ich auch witzig fand, alle, also sehr viele um mich herum sagen Alligator. Und das heißt einfach Alligator. Und er hat selber darauf bestanden, er hat selber Maschine zusammengeschickt und gesagt, Alter, ich heiße nicht Alligator, ich heiße Alligator. Aber das stimmt, das sagen wirklich viele. Alligator. Vielleicht wegen seinem H hinten, Alligator. Ja. Und was auch so lustig war, wir sind nach der Probe dann heimgefahren, also beziehungsweise wir haben uns aufgeteilt. Die Partygang, Süd, Nord und zwei Techniker sind nach Wacken noch. Wir sind ja dann noch irgendwie abends nach Wacken. Und West, Teil der Crew und ich, sind ins Hotel und kamen auch noch in eine Drogenkontrolle rein. Echt? Polizeisperre, Drogenkontrolle, kurz vorm Hotel, ja. Also innerhalb Hamburg von Hotels zu Proberung? Innerhalb Hamburgs, ja, ja. Ja, ja, innerhalb Hamburgs. Naja, so lustig war das nicht. Ich war tatsächlich am Ende, das war ja irgendwie der Tag, an dem ich den Lauf beendet habe, dann noch die Probe, irgendwie den Stress so. Ist ja doch ziemlich irgendwie so, mit der Band, mit der neuen Band zu proben, sich da irgendwie drauf vorzubereiten, echt ein Stress. Und dann war es schon irgendwie kurz vor halb eins, eins. Ist natürlich eine lächerliche Zeit für mich normalerweise. Lächerliche Zeit. Aber nicht mit sieben Kilometern in den Knochen. Und dann war ich so richtig gepisst, ja. Ich bin rausgegangen, habe mir vorgenommen, richtig unfreundlich zu den Bullen zu sein. Und wer ist gefahren? West. Na, West natürlich. West. Für eine Frage, Alter. Und habe mir vorgenommen, richtig unhöflich zu sein zu den Bullen. Bin raus und die waren aber so verdammt nett. Kamen gleich mit den anderen ins Gespräch und haben gleich erzählt, also die Jungs haben dann irgendwie gesagt, ja, wir sind ja von Wacken, wir spielen da morgen und blablabla, haben irgendwie die Story erzählt. Und was heißt Drogen? So nett. Ja. Naja, Drogen heißt einfach, alle Taschen aufmachen, Autos durchsuchen und so nach Drogen. Aber wir mussten nicht pissen, keine von uns musste pissen. Und das haben sie aber durchgezogen. Obwohl sie so nett waren. Ja, aber echt auf, also ich würde sagen, halb gar. Die hatten, glaube ich, auch nicht richtig Lust. Ich habe sie dann irgendwann mit den Worten begrüßt, nachdem ich, also nachdem ich mir dann, also wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, richtig unfreundlich zu sein und dann waren die aber so nett, dann konnte ich nicht nach zwei, drei Minuten, musste ich mich dann auch irgendwie nett mit ihnen unterhalten. Und auf die Frage, auf die Drogen dabei habe ich gesagt, Leute, wir haben gerade mit Trader Park geprobt. Wenn ihr wirklich auf der Suche nach Drogen seid, dann müsst ihr heutzutage Hip-Hop durchsuchen und nicht Metaller. Metaller sind die letzten Lushis geworden. Es sind die letzten Lushis geworden. Da regen sich Leute irgendwie im Netz auf, weil hier Timi Hendrix mit dem Joint auf der Bühne ist. Ja, Leute, na Gott sei Dank ist der mal mit dem Joint auf der Bühne. Das ist doch der Rock'n'Roll früher gewesen. Wir haben diesen scheiß Rock'n'Roll erfunden. Unsere Vorfahren, unsere Opas, die Lemmis und Ossis haben die Rock'n'Roll erfunden. Mittlerweile sind die ganzen Metaller Veganer gehen kurz nach der Show. Naja, ich bin aber mega müde. Muss mich ablegen. Na, ich nehme mir vielleicht noch ein Cola Zero mit aufs Zimmer. So läuft das mittlerweile bei den Metallern ab. Es ist peinlich echt. Die einzigen, die wirklich Eier in der Hose haben, sind die Hip-Hopper mittlerweile. Die machen wenigstens ein bisschen Party. So, das muss ich natürlich den Polizisten auch genauso erklären. Ungefragt. Was hat er dann gesagt? Genau, du hast ihn ungefragt das kriminelle Den Wackenbrunn erklärt. Und Nitu, die waren auch lustig, haben auch dafür ein Verständnis gehabt so, waren riesige Trailerpack und Arigato-Fans. Ernsthaft? Ja, ja. Ich habe dann das Bild, als Beweis habe ich das Bild ausgepackt von meinem Handy oder ihnen gezeigt. Da haben sie es nicht mehr gepackt. Und wir sind die so, wir sind die so. Und ein Buller war dabei. Das ist ja lustig. Ja, und ein Buller war dabei. Ja klar, weil die natürlich auch das hören. Metal ist durch, Leute. Wobei, nicht ganz. Wacken ist ja wieder ausverkauft. Jedenfalls, was ganz lustig war, es gab so ein, nee, zwei, zwei Polizisten davon, haben, haben mich die ganze Zeit ausgefragt, wie es mit Groupies aussieht. Ja, wie sieht das so mit Groupies aus? Ja, passt, läuft. Wie sieht denn das mit Groupies aus? Gibt es da welche? Ja, natürlich gibt es welche. Ja, aber sind die dann wirklich auch zu allem bereit? Also machen die das sofort mit? Hat der Polizist gefragt? Ja, die ganze Zeit, der hat nicht locker gelassen. Sagt, ja man, die gibt es und die wollen alles, egal wie du aussiehst und welche Hautkrankheit und Geschlechtskranke du hast. Sie würden alles mit dir machen. Wirklich? Und macht ihr das auch? Na logisch machen wir das. Wir sind die Band, die noch weiß, was Rock'n'Roll heißt. Und es ist schwer heutzutage, weil die Groupies sind nicht mehr das, was sie mal in den 70ern waren. Selbst die Groupies sind nicht mehr das, was sie mal in den 70ern waren, genau. Weil jetzt ist ja irgendwie eher so, also das Group, also für alle, die da außen, die da so ein bisschen, auch diese Frage irgendwie schon lange stellen wollen, Groupies von heute beschäftigen sich in erster Linie mit Facebook und Instagram vorm Sex, dann gibt es Kurzsex und dann gibt es während des Sexes natürlich auch und dann wird der Sex natürlich auch gleich wieder medial in allen sozialen Netzwerken aufgearbeitet. Also das ist im Prinzip, also das war, früher hat man dann nachher einen gemeinsamen Joint oder so geraucht, den rauche ich jetzt zum Beispiel immer alleine nach dem Sex und genau und das oder die Groupies, die, genau, die machen dann schon nochmal ein Selfie mit dem Joint und so, das schon, aber ziehen eigentlich nicht dran. Die haben gar keine Zeit dran zu ziehen, weil sie alles irgendwie erstmal wieder irgendwie ins Netz hauen müssen. Schade eigentlich. Wobei, wobei ich persönlich bin ja auch irgendwie so ein Instagram-Junkie mittlerweile und ich gehe beim Sex meistens bei Instagram live. Das ist eine ganz kurze Übertragung. Ganz kurze Live-Übertragung. Bam, jetzt hast du 7.000 Voller mehr. Ja, das dauert ja immer so 2, 3 Minuten, 20, 30 Sekunden, bis sich bei Instagram diese Follower gesammelt haben und gemerkt haben, oh, da ist jemand live und da ist es meistens schon wieder vorbei. Man muss aber auch sagen, man sieht dabei nur eine Maske und man hört dann vielleicht, das war ein kurzes Raunen und das war es im Prinzip. Na, mein Hört. Fertig. Oh, nein, das war aber schon eine lange Nummer, du. Das war schon eine lange Nummer. Ja, mega, wollen wir noch kurz, ach so, dann waren wir noch mit Trailer Park auf der Bühne und es war noch, also am Tag drauf, als wir dann den Gig hatten zusammen, war auch eine sauschöne und lustige Zeit. Coole Jungs und es ging auf die Bühne und wir hatten, also vor allem sie, also Trailer Park hatte vor allem Angst, glaubt ihr, Wacken akzeptiert uns und so und ich war mir von Anfang an sicher, es gab ja wirklich diverse Skeptiker, vor allem gar nicht so innerhalb der Band, sondern innerhalb so der Plattenfirma, Managements und auch Seiten des Produzenten, dass das nicht funktionieren wird und ich war mir sicher, dass das funktioniert. Ich wusste, dass es auch auf Wacken abgefeiert wird und die gehen auf die Bühne, Nord sagt sie an, sie gehen auf die Bühne, wir spielen den Song und er geht ultra ab. Nord schreit sie an. Hier ist Trailer Park! Und dann war jedem Zuschauer klar, er wird das gut finden müssen, sonst wird er echt eigenhändig von Nord erwürgt. Ja. Es gab bestimmt 20, 30 Prozent. Eigentlich süß, dass die Trailer Parks dann so aufgeregt sind. Ja. Es gab bestimmt so 20, 30 Prozent der Leute, die gesagt haben, ey, was soll denn jetzt Hip-Hop hier auf Wacken? Aber das ist ja Crossover, Leute. Ihr müsst euch da echt entspannen, ey. Es ist eine Metal-Band, die mit einer Hip-Hop-Band eine Nummer performt, die echt geil ist. Ja? Bleib in der Schule, ist einfach ein geiler Song. So. Und wenn es euch nicht gefällt, dann holt ihr euch einmal kurz ein Bier und danach kommt ihr wieder und dann kriegt ihr wieder auf die Fresse. Wir sind Gott und alle anderen Nummern, die es so gibt. Also ich finde, irgendwie da jedes Mal so eine ultra-harte Religion draus zu machen, das ist Metal und das darf nur Metal sein, das darf kein Hip-Hopper hin. Das finde ich so beschissen lächerlich, wirklich. Das ist langweilig. Mich langweilen auch diese Kommentare, auch so dermaßen, weil das so engstirnig und bescheuert ist, dass es, naja. Aber da bin ich, also ich bin ja der Hochsensible, dass wenn wir einen neuen Song posten und dann gibt es eine schlechte Kritik, dann ist ja der Tag für mich kaputt. Aber in diesem Fall, da war ich total entspannt, weil eigentlich ist die Stimmung insgesamt saucool gewesen, positive Resonanz und ich glaube, die Nerds, die dann irgendwie ins Kommentarfeld schreiben, die waren dann auch gar nicht dabei. Die sitzen dann zu Hause und sind frustriert, weil sie kein Wackenticket hatten. Oder so, ja. da stehe ich so ein bisschen drüber. Oder weil sie nicht so lang ficken können wie Ost. Das kann auch sein. Zum Beispiel auch. Oder dabei, irgendwie, wenn sie live gehen, dann nur ein paar Follower haben. Durchfall oder Verstopfung? Ach ja, jetzt kommen wir zu den Fragen. Scheiße, wir haben echt ziemlich viel gelabert, jetzt gerade über Wacken und Lauf und so weiter, aber es war auch ein aufregendes Wochenende. Es war ein aufregendes Wochenende, genau. Und ich würde ja fast noch mehr labern, weil was ich noch sagen wollte, und dann kommen wir gleich zur Durchfall oder Verstopfung, was echt eine bescheuerte Frage ist. Was schön war, ich hatte nicht nur das Gefühl, dass ich lang weg war, ich war anscheinend auch länger weg als gedacht. Ich kam wieder und ungelogen gestern, und das erdet natürlich massiv. Am Montagmorgen gehe ich zum Briefkasten und ziehe, ungelogen, vier Mahnungen aus dem Briefkasten. Ach, geil. Dann ist das so zurückgezogen ins Leben. Ich frage mich auch, ob alle im Sommer bewusst ihre Mahnungen verschicken, weil sie wissen, jetzt sind die Leute im Urlaub und dann kommen sie wieder, wissen nicht, um was es geht und überweisen sofort. Oder wollen sie die Leute irgendwie, wie die Baustellen. Es gibt ja im Sommer immer mehr Baustellen als irgendwann anders und dann fahren die Familien in den Urlaub und hängen nur noch an Baustellen rum und es gibt überall Staus. Ist es mit Mahnungen genauso? Oder fahren von Wack nach Hause und hängen nur noch in Staus rum. Genau. Das war schon ganz schön. Du weißt nicht, ich habe meine Briefkasten noch nicht aufgelöst. Ich habe die anderen zwei noch gar nicht aufgemacht. Und sind sie schon rot, gelb, grün oder welche Farbe haben sie, die Mahnung? Nee, nicht. Ich weiß auch nicht, ob es diese Steigerung bei jedem Mahnenden gibt, aber das eine steht sogar zweite Mahnung dabei. Okay. Wahnsinn. Voll nervig. Aber das erdet natürlich und ich lerne jetzt wieder irgendwie so in einen Alltag reinzukommen. Hast du die Pornogebühren nicht bezahlt? Also hast du mehrere Pornoabos abgeschlossen? Ich habe viele Pornoabos abgestolzen, aber da habe ich ja immer Angst, dass sie mir den Saft abdrehen. Das heißt, die überweise ich sofort. Okay. Da gibt es einen Dauerauftrag, ja? Da gibt es... Aber sowas wie Wasser und Strom, das wird noch per Hand ausgefüllt und zur Post gebracht. Genau. Also Strom zapfe ich auch mal den Nachbarn an und so. Also das... Da bin ich entspannter. Muss ich entspannter sein, weil woher soll ich das Geld nehmen, weißt du? Ja, ja, ja. Nein, man muss so viel entjachten. Du, man muss auch Prioritäten setzen im Leben, das ist das. Apropos Prioritäten setzen. Durchfall oder Verstopfung? Ähm, dann doch Verstopfung einfach. Echt? Ich hatte tatsächlich... Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob ich jemals Verstopfung hatte. Dann nimm doch auch die Verstopfung. Nee, ich nehme ja... Also was... Die Frage ist Durchfall oder Verstopfung, was ist besser? Ich glaube tatsächlich, ich nehme den Durchfall, obwohl ich bin... Das bleibt jetzt mal wieder unter uns. Ich muss ja pro Podcast-Folge eine Sache erzählen, die wirklich unter uns bleibt. Ich bin am Samstagnacht, also von Samstag auf Sonntag, nachts im Hotelzimmer in Hamburg aufgewacht Vollgeschissen aufgewacht. Genau, von oben bis oben vollgeschissen. Das wär's. Und hatte tatsächlich so Bauchkrämpfe und so eine Verstopfung, Entschuldigung, so ein Durchfall, dass ich dann eine Stunde, also zwischen drei und vier habe ich einfach am Klo verbracht und musste mich entleeren. Hm, das klingt ja geil. Und wusste nicht, ob ich dazu noch kotzen muss oder nicht und habe mir dann, als ich dann ins Bett kam, in mein vollgeschissenes Bett wieder zurückkam, habe ich mir einen Eimer nebendrangestellt, einfach nur, damit ich beruhigt bin und leichter einschlafen kann. Weißt du, sonst hätte ich die ganze Zeit dran gedacht, scheiße, jetzt kotzt du hier, jetzt hast du irgendwie alles vollgeschissen, jetzt kotzt du jetzt irgendwie auch noch die Feuer eingefroren und den Teppich und habe mir dann einen Mülleimer geholt und habe ihn daneben hingestellt und einfach auf der sicheren Seite zu sein. Musste aber nicht mehr kotzen und auch nicht mehr durchfallen. Also ich nehme den Durchfall. Ich glaube, der Durchfall macht irgendwie mehr Spaß, weil da was rauskommt. Da produzierst du was. Ich bin ja eher für Sachen, also was da für produzieren. Ich mag es nicht, wenn man irgendwie, wenn man beschäftigt ist und was macht und da kommt nichts raus dabei. Kommt nichts raus. Beim Durchfall, beim Durchfall, da passiert was. Ich bleibe jetzt bei der Verstopfung. Es ist beides nicht geil und ich glaube, es gibt dann so ganz schlimme Verstopfungen. Es ist beides geil, würde ich so sagen. Wobei, wenn du zu, weißt du, warum ich auf Verstopfung stehe? Warum? Weil dann musst du irgendwann ins Krankenhaus und kriegst einen Einlauf. Hattest du schon mal? Hattest du schon mal einen Einlauf? Hattest du schon mal, ja. Aber aus einem anderen Grund und den hat dann wirklich, ich war da mal, nee, ich erzähl es jetzt. Also mir ist mal jemand, also ich saß in einem Kleinwagen mit einem Kumpel Christoph, dieser Tontechniker da auch und zwei Mädels vorne, wir saßen weiter hinten, wollten auf eine Party fahren und dann kommt ein Auto, ein großes Auto, angerast, das übersieht die Ampel und wir stehen als erstes Auto an der Ampel und er knallt uns voll hinten drauf. Es war damals ein kleiner Fiesta, ja, Ford Fiesta und da hat es Was hast du für Unfälle an der Backe, hey. Da hat es komplett die Rücksitzbank, die ist durchgebrochen. Das ist alles wirklich, dieses andere Auto, das war irgendwie so ein großer Mazda, da war kaum was zu sehen und ein Fiesta hat es komplett zusammengedrückt. Ich habe auch danach mir eigentlich vorgenommen, zumindest eine lange Zeit nie wieder einen Kleinwagen zu besitzen und eigentlich auch ungern mitzufahren, vor allem nicht hinten drin. Also da wird alles zusammengeschoben. Und in Christoph ist eigentlich nichts passiert, bisschen Schädeltrauma, Schädel-Hirn-Trauma heißt das? Schädel-Trauma heißt das, ja. Schädel, ja. Und diese abgebrochene Rücksitzbank, die hat es mir noch in den Rücken reingehauen. Und dann kam auch der Notarzt, das waren eher so ehrenamtliche Sanitäter, die haben mich erstmal so zum Krankenwagen geführt und gesagt, alles cool. Und dann kam der Notarzt und hat gemeint, spinn dir, der muss sofort in so eine, das ist so eine Liege, Luftmatratzenartig, die sozusagen deine, wenn du dich hinlegst, dann bleibt dein Körper, kann sich dann nicht mehr rühren. Also man wird in einen Zustand versetzt, der sozusagen ganz statisch ist, weil es könnte sein, dass irgendein Wirbel angebrochen ist und wenn es dann dumm läuft, wenn du irgendwie ein paar Meter läufst, dann kann sich querschnittsgelähmt werden. Und mit diesem Gefühl, oh. Weißt du warum? Jetzt bin ich querschnittsgelähmt, ja, nee. Ja, weil du den Nerv durchtrennst, also der Wirbel, der durchtrennt und den Nerv. Genau, genau. Oder einklemmst oder wie auch immer. Aber du oder der Christoph, sorry, ich hab jetzt noch. Ich, ich. Hast nicht zugehört, ne? Ist kein Problem. Ich hab nicht zugehört. Wäre eh das erste Mal, dass ich zuhöre. Ja, das war ich. Dem Christoph, dem ist gar nichts passiert. Und mir ist ja eigentlich auch nichts passiert. Also soweit ging irgendwie alles gut, aber der Notarzt meinte, nee, 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 ab ins Krankenhaus und da wirst du komplett durchleuchtet, damit man sicher sein kann, dass da nichts gebrochen ist, weil sonst bist du querschnittsgelähmt. Das heißt, mit einer steigenden Angst, wachsenden Angst, dass ich jetzt querschnittsgelähmt werde, bin ich dann ins Krankenhaus gefahren und es war Freitagabend und die nächste CT-Untersuchung war, glaube ich, erst wieder Montag möglich. Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist, ist schon zehn Jahre her, weil das ja schon ein bisschen strange ist. Also einerseits haben sie Angst, dass jemand querschnittsgelähmt wird, andererseits sagen sie, nö, also das Personal arbeitet erst wieder in drei Tagen. Auf jeden Fall durfte ich mich dann zwei, also eigentlich zwei volle Tage nicht bewegen und du musst aber Stuhlgang bringen. Irgendwann, auch wenn du nicht das Gefühl hast, musst du Stuhlgang bringen. Und wie konnte das anders sein? Ich hatte, glaube ich, dauernd russische, alte, ältere, übergewichtige Krankenschwestern um mich. Hätte dich ganz schön geil gemacht. Ja. Und dann hieß es, naja, müssen wir jetzt einen Einlauf machen, weil sonst kommt es zu einer Verstopfung. Und es konnte nicht anders sein. Die gingen dann raus und dann kam wirklich eine 23-jährige, bildhübsche... Blondine mit riesigen Möpsen. Voll. Also wie in einem Pornofilm. Die Ärztin war oder dieses Arztpraktikum gemacht hat mit so einem großen Behälter mit Flüssigkeit. Halt auf, Alter. So ein Teil, was man da halt reinsteckt und meint, ja, ich muss jetzt hier, also die Schwester hat mich gerufen, ich soll einen Einlauf hier machen. Bam! Das war mal eine Einlaufgeschichte. Alles weitere, ich habe es genossen, ganz klar. Nein, aber das heißt, du musst dir dann ausziehen, das heißt, sie sieht auch irgendwie deinen schlaffen Pimmel, der natürlich vor Angst und vor, ja, eh, so in dieser Schlappphase, dann irgendwie so rumhängt. Der war natürlich erregiert, ganz klar. Ich konnte damals noch nicht damit umhängen. Der sieht sie auch schon, der muss sie bestimmt so ein bisschen nach oben, so inklusive der Eier nach oben drücken, damit die Kacke rauskommt. Ach Mann, hey, was machst du für Zock, hey? Warum hast du immer solche Storys auf Lager? Warte mal, das stimmt aber nicht ganz, weil man liegt auf der Seite. Oh Gott, und dann weißt du, hey, die haut sich jetzt die ganze Scheiße raus und sie schaut dazu. Und du weißt, du brauchst sie nie wieder anlabern, weil sie wird sowieso kein Date mit ihr zulassen. Doch, wir haben danach geheiratet. Ach so. Okay. Haben wir jetzt sechs Kinder zusammen und richtig geile Beziehung und spielen aber in unserem, also machen wir am liebsten im Hotel, weil es halt eine Sauerei ist, regelmäßig mit Kot. Also Sexleben ohne Kot wäre undenkbar. Amen. Amen. Freakfrage, habt ihr auf einem Festival schon mal ins Zelt gekackt? Was ist denn hier mit dem West los? Was ist denn heute los? Wusste er vorher schon, dass die Sendung Deutschland stinkt heißen soll, oder was? Aber ich finde es saugeil, wie man aus der Frage Durchfall oder Verstopfung auf solche alte Storys, die ich jetzt auch zehn Jahre nicht mehr gedacht habe, kommt. Ja, großartig. Ich habe, in ein Zelt habe ich noch nie gekackt. Also warum sollte man in ein Zelt kacken? Ich sage dir warum. Ich sage dir warum. Wenn du es gemacht hast. Na, selbstverständlich. Also, wir sind ja, wie gesagt, unter uns. Mein allererstes Festival, ich war 17 oder 18 Jahre alt. Ich glaube, gerade 18 Jahre alt geworden. Das Whistleforce, damals war das Whistleforce noch ein richtig gutes Festival. Mittlerweile ist es wieder seit ein, zwei Jahren auf dem Weg dorthin. Aber damals war es ein riesiges Festival. Ich glaube sogar, ich würde sogar behaupten, Grüße aus Wacken damals. Okay, krass. Ja, da waren so zwischen 30.000 und 40.000 Leute. Riesending. Bands wie JVO und Gnocato kamen gerade auf. Gnocato hatte, glaube ich, ihr erstes Album gerade draußen. Und alle haben Gnocato abgefeiert, haben sowas noch nie gesehen. Also es war unglaublich. Es war unglaublich, aber für mich ganz schlimm die Scheißhaussituation. Mittlerweile kennt man das irgendwie so und bereitet sich davor. Beziehungsweise hängt man eh immer in Backstages rum, wo es die Klos gibt. Aber ich kann auf diesen Klos, diesen Dixis, ich kann da nicht kacken. Also das geht bei mir nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das ist widerlich. Keine Ahnung. Und ich habe tatsächlich, wir waren da drei oder vier Tage, ich habe diese drei Tage oder vier damit verbracht, nicht kacken zu müssen. Mich total angestrengt, dass ich nicht aufs Klo muss. Soll man nicht, ne? Soll man nicht. Soll man nicht. Und am letzten Tag, es war irgendwie eine Mega-Band vorne, ich glaube Machine Head oder so hat gespielt, dann bin ich wie so ein kleiner Schuljunge zurück zum Zelt gelaufen, habe mir eine Plastiktüte geholt, habe mich in dieses Zelt gesetzt und habe in diesem Zelt in die Plastiktüte gekauft. Also erstens, was ist da besser als ein Dixi? Und zweitens, Alter, das ist mein scheiß Zelt, hey. In der Hocke oder was? Nö, natürlich in der Hocke. In der Hocke und dann hält man links und rechts an den beiden Griffen die Plastiktüte oder was? So. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich das angestellt habe. Das ist ja ultra unbequem. Ja, aber es ist hygienisch deutlich geiler. Und ich muss nicht auf diesen Scheiß draufsetzen. Na gut. Jeder, jeder, das braucht, muss man leider. Da schwimmt unten ja die ganze Scheiße rum, man sieht ja die Wüste und so. Das ist ja wirklich widerlich. War das ein Einzelzelt? Nee, ne? Nein, das war natürlich ein Zelt von mehreren Menschen. Sauger, wenn da jemand reingeht, ne? Ja, das war natürlich meine Angst, Alter. Das war deswegen, weil ich so, und vor allem, das war so ein Zelt, von beiden Seiten konntest du reingehen. Und ich konnte praktisch den einen, den einen Rastverschluss hatte ich im Griff, ja? Aber nicht den hinter mir. Das klingt nach einem richtig entspannten Schiss. Ja, ja, ja. Aber normalerweise, normalerweise würde ich ja sagen, ähm, ich hab's nicht genossen. Nee, normalerweise würde ich jetzt erzählen, dann ging irgendwann hinten der Reißverschluss auf und jemand kam rein, aber das ist tatsächlich nicht passiert. Ich hab das Ding genommen, hab die Tüte dann zugedreht, also zugedreht, und hab sie über den Zaun geschmissen. Aufs Gelände. Ach, das war herrlich. Die Story hab ich tatsächlich bis vor fünf Minuten komplett vergessen gehabt. Die hab ich ausgelöscht. Wahrscheinlich wollte mein Hirn mich irgendwie schützen, meine Psyche schützen, und hat diese Geschichte einfach, ähm, ja, ausgelöscht, ausradiert. Und jetzt bei dem Thema, Deutschland stinkt, kam alles wieder hoch. Stimmt, das passt zum Titel einerseits, andererseits sind das vielleicht auch einfach, es war bei mir ja auch mit dem Einlauf so, sind das so Geschichten, die man einfach aus, die man vergisst. Der, 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 der Kopf will sie einfach vergessen, weil sie mit Kacke zu tun haben. Mit Scheiße zu tun haben. Wahnsinn. Also ich hab mit Scheiße habe ich auch schon wirklich riesen Stories erlebt. Wirklich riesen. Ich denk jeder Mensch, ne? Von klein an. Jeder Mensch. Ich erzähl dir meine Story. Pass auf, ja vielleicht, die hiebe ich mir gleich. Na komm, äh, lass uns mal die 15 Jahre Hämatom-History machen, dann zeige ich gleich eine geile weitere. Lass uns einfach heute nur über Scheißen sprechen. Deutschland stinkt, Leute, Deutschland stinkt. 15 Jahre Hämatom, bald ist es soweit, Leute. Nur noch, warte mal, heute ist der sechste, nur noch 14, 5, 14, 21, ich glaub irgendwas mit 28 Tagen, äh, ne, bisschen weniger sogar, ähm, dann spielen wir in Gelsenkirchen unser 15-jähriges, äh, Band-Jubiläum und dazu erzählen wir euch mittlerweile seit einem halben Jahr Storys aus unserer Band-Geschichte. Und wir könnten fünf Jahre weitererzählen, aber dann sicherlich ähm, das, äh, das große, der große Event, das große Konzert. Das große Konzert. Ich krieg schon schweißige Finger, wenn ich da dran denke. Ja, äh, jedenfalls, genau, ich hab euch gerade versprochen, dass ich eine, eine Scheiß-Story, eine Kack-Story erzählen werde zu dem Thema heute Deutschland stinkt, ähm, möchte ich folgende Story erzählen. Ich werde nicht verraten, wer das war. Ähm, jedenfalls haben wir mal ein Konzert gespielt und, ähm, war auch, war irgendwie so die Anfangszeit und dieses Festival, was wir da gespielt haben, war so gut, dass wir zwei Tage dort geblieben sind, weil wir uns mit dem Veranstaltungs so gut verstanden haben. Die haben uns eingeladen und gesagt, ey Jungs, bleibt mal das ganze Wochenende, ähm, bleibt mal das ganze Wochenende, lasst uns feiern, ihr spielt zwar nur am Freitag, aber am Samstag könnt ihr einfach mitfeiern. So, wir haben am Freitag gespielt, am Samstag blieben wir noch in diesem Hotel und, ähm, haben am Samstag noch mitgefeiert und abends, ähm, hat sich einer von uns, ich werde nicht verraten, wer, eine Frau gesucht und hat sie, hat er mit ihr Geschlechtsverkehr. Ähm, wir haben in der Zwischenzeit irgendwie abgefeiert, in der Bar gestanden und irgendwann so nach zwei Stunden kommt derjenige wieder, stellt sich so zu uns in den Kreis, wir standen so in dem Kreis zusammen und er stellt sich so neben uns hin und irgendwann fang ich dann so an, sag so, Leute, das stinkt aber echt jetzt gerade richtig nach Scheiße, hat sich jemand vorhin die Hosen gemacht oder was ist hier los? Keine weitere Reaktion, da dauert wieder zwei, drei Minuten, kommt der Nächste, ja, das gibt's doch jetzt, riech ich's auch, ey, sehr ekelhaft, was stinkt denn das so? Das ging so ein paar Mal, bis derjenige, der Beschuldigte, so beschämt zu Boden geguckt hat und gesagt hat, ey, das bringt glaube ich, ich hab gerade eine Frau eine halbe Stunde in den Arsch gefickt. Das ist kaputt, ist das kaputt und irgendwie hat er sich anscheinend nicht gewaschen oder geduscht, es stank jedenfalls so dermaßen nach Kacke, Leute, es stank so nach Kacke und ihr werdet es nicht glauben, es war auch mein Zimmer, ich bin dann abends nach der Party, also nachdem dieses Fest aus war, das Festiv aus war, in mein Zimmer und wollte mich hinlegen und das ganze Bett war wirklich eingefärbt. Ich sag mal, ich sag mal eingefärbt, ja, ich sag mal eingefärbt. Weck mich am Arsch. Das war wieder, ich musste dann am Boden schlafen, haben mir dann irgendwie das Kissen, das war das einzige Kissen, was dann irgendwie halbwegs vernünftig gerochen hat. Ich hab das Fenster aufgemacht, hab mich auf das Kissen gelegt und hab dann eine furchtbare Nacht auf einem sehr harten Boden verbracht. War oder wurde aber nicht vollgeschissen. Und das war irgendwie dann doch irgendwie so zufriedenstellen, dass ich gut geschlafen habe. Das war meine Story. Schön, schön. Also ich bin sprachlos. Ja, zu recht. Ich gewartet jetzt auch irgendeine Kack-Story. Nee, ich hab keine Kack-Story. Ich hab gestern von April einen Sänger getroffen, den Till Herons. Wohnt ja hier im Prinzip. Der steigt aus, der steigt aus, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Der wohnt hier Luftlinie, was weiß ich, 200 Meter entfernt, hier in München. Und er steigt tatsächlich aus. Leider, leider, leider hat er es auch gestern nochmal bestätigt. Und seine letzte Show wird bei uns beim Maskenball-Festival sein. Das sollten wir auch nochmal posten. Für alle Apron-Fans, die noch kein Ticket haben, kommt vorbei. Das Maskenball-Festival, das beinhaltet inzwischen so viel, eben auch die letzte Show von dieser eigentlich echt genialen Band Apron. Schade, schade, und Micha von in Extremo wieder am Freitag zu Gast sein und mit uns einen Song spielen. Genau. Ihr könnt euch vorstellen, welchen Song. Und, 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 Tippi Hendricks von Trailer Park hat gesagt, der kommt auch vorbei. Also wir werden einige Special Guests haben. Hat er wirklich? Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Yes, yes. Ach, das wäre ja so lustig. Genau. Und was ich jetzt noch sagen wollte, oder ich wollte einfach nochmal an diese wirklich schöne Tour mit Apron erinnern. Und dazu sind mir dann nochmal zwei Geschichten eingefallen. Also die Aprons waren, glaube ich, welches Album waren das, als die uns begleitet haben? Das war, das war das Wir sind Gott Album. Nein. Doch, Wir sind Gott war das. Ja, ich glaube auch. Wir sind Gott Album. Genau, die erste Rutsche. Da gab es ja auch irgendwie mehrere Rutschen und die erste Rutsche. Und die erste Überraschung war, der Bassist von Apron, der ein bisschen aussieht, sagen wir mal, wie eben Bob Marley, war der größte Schlager-Ballermann-DJ der Welt im Nightliner. Das ist auch so, auch bestimmten Drogen nicht abgeneigt und das ist so, das sind so Überraschungen. Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass er der fette Ballermann-Schlager-DJ ist. Micky Krause stand ganz hoch im Kurs. Alles, also wirklich, und dann, genau, alles, was unter die Gürtellinie geht und so. Total geil. Das wäre vorhin in einer Erinnerung geblieben und dann, weißt du noch, wie der Tourbegleiter, der dann auch ein bisschen immer so die Showsachen gemacht hat, hieß, das weiß ich leider nicht mehr. Nee, ist mittlerweile Tourbegleiter bei Schandmaul. Ist inzwischen Tourbegleiter bei Schandmaul, habe ich auch da getroffen. Auch sehr bieder kam er so rüber, also nicht negativ, aber sehr gepflegt und weniger chaotisch und der hat uns ja dann von unserem Treffpunkt, Nightliner-Treffpunkt bei Bayreuth, immer nach der Show, nach drei Nightliner-Tagen mit dem Auto, mit dem Auto vom Sänger nach München gefahren und ist dann irgendwie, glaube ich, immer 200 Kilometer pro Stunde, nachdem wir komplett durchgesoffen und kaum geschlafen hatten, nach München gefahren. Ich bin dabei meist eingeschlafen, einmal wurde mir schlecht, dann musste ich kurz mal rausfahren und ich habe mich nicht übergeben, aber fast. War auch absurd und toll, 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 dass da nichts passiert ist. Genau, das waren so zwei schöne Erinnerungen, nochmal an diese Tour und an diese wirklich sehr sympathische Band und ich freue mich sehr auf das Maskenball-Festival. Ja, das waren aber richtig. sozusagen ein letztes Mal in dieser Konstellation zu sehen. Ja, waren auch wirklich mega Kackgeschichten, Alter. Also, du hast doch was mit Kackgeschichten. lass ich mir nicht. Das waren einfach mega Kackgeschichten. Nee, waren mega, also wirklich super. Wirklich, richtig, richtig tolle, lustige Sachen. Leck mich am Arsch. So, das will ich hören, Alter, ein bisschen Feuer in dieser Sendung, weil du pennst ja sonst ein da drüben in München. Da ist man mittlerweile so entspannt in München, weil alles so geil läuft, dass man es nicht mal mehr nötig hat, lustig zu sein. Ich war noch nie lustig. Ja, das stimmt. Amen. Amen. Langweilig, langweilig, langweilig. Ihr beiden seid wirklich so unlustig, dass ich lieber bei meiner Oma den Analschleim aus der Unterhose kratze, als euch auch nur eine Minute länger zu zuhören. Ich hoffe, ihr verschluckt euch mal an eurem eigenen Sperma, dann muss ich diese Verballkotze nie wieder ertragen. Doch leider habe ich das Gefühl, dass mein Wunsch niemals in Erfüllung gehen wird. Was eine Scheißwild. Ja, da hast du recht, wir werden dir niemals den Gefallenton aufzuhören, denn wir lieben es, wenn du Analschleim aus der Unterhose deiner Oma rauskratzt. Das finde ich gut. Wir müssen aber noch was machen. Ja, sorry. Playlist, 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 Playlist. Wir müssen Playlist. Ich habe so viele Songs für die Playlist. Ich habe mega viele Songs für die Playlist. Ich muss dir nämlich was erzählen. Nochmal von Wacken. Ich habe das beste Konzert meines Lebens gehört. Ach, das ist ehrlich. Ich musste ja leider weiter. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ich weiß, das ist eine mega große Superlative und ich weiß, wie sensibel ich damit umgehen muss. Aber spielerisch würde ich sagen, und was mich, spielerisch und gleichzeitig irgendwie so soundmäßig und gleichzeitig noch sowas, was mich komplett berührt hat, war, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Das war Prophets of Rage auf Wacken. Leute, das müsst ihr euch mal, wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, Prophets of Rage zu hören, ihr müsst es tun. Das ist der ober, ober, mega, verdammter Wahnsinn. Das ist die geilste Bände der Welt. Das ist der Hammer, wie die zusammenspielen. Was das für ein Sound ist. Tom Morello an der Gitarre, das ist unglaublich. Hey, ich sage euch, wir standen zu fünf da irgendwie. unter anderem Steffel, unser Tourmanager und Steffel, das ist kein Witz, hat geweint nach dem Konzert. Es war aus und er hat geweint. Es war nicht so, er hat ein bisschen Tränen in den Augen. Er hat geweint. Er ist ernsthaft. Er hat einfach geheult und ich habe es verstanden, weil ich zwischendrin lief mir auch, also ich hatte feuchte Augen, weil ich es so geil fand. Feuchte Augen und Gänsehaut. Das war unglaublich. Die Sonne hat geschienen. Wir haben einen Tag vorher irgendwie wackengeil gerockt. Wir haben, dann kommen die, wir stehen irgendwie, haben einen Gäste, geilen Platz erwischt, sehen alles. Tom Morello war wirklich in Hochform. Der Rest auch so und dann spielen sie auch noch diese alten Rage Against the Machine Nummern und die beiden Sänger. Und dann haben die beiden Jungs von Cypress Hill, ich glaube es sind beide von Cypress Hill, auch noch so ein Cypress Hill Best-of-Medley gemacht und haben Insane in a Brain gespielt und den ganzen Scheiß, Alter, das war so unglaublich, unglaublich. Klass. Und das Geile dabei ist, ich habe es ja noch nie live gesehen, dass sie halt einfach Musik machen, da gibt es ja nicht viel Show oder so. Nee, da gibt es gar nichts. Es fällt einmal den Vorhang und dann war es das. Sie machen einfach nur Musik, alles, also diese Rhythmusfraktion, du willst wissen, ich muss leider zugeben, dass ich nicht weiß, wie der Drummer und der Buzzer heißen von Prophets of Rage. Nee, weiß ich leider auch nicht. Dein Bruder hat gestern lang auch noch mit deinem Bruder telefoniert, der meinte auch, also der Drummer und der Schlagzeuger, die haben echt geil zusammengegrooved. Das war einfach, Hast du das Drummer und Schlagzeuger? Ach ja, der Drummer und der Schlagzeuger, das ist gut. Es war unglaublich, es war wirklich, das war wirklich unglaublich, ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte ganz, das war, das muss, wir müssen da mal hin, wenn Prophets of Rage irgendwann mal hier nach Deutschland wieder kommen, am besten sogar eine Indoor-Show, aber der Sound war manchmal so ein bisschen verweht, ähm, okay. mal eine Indoor-Show, ich glaube, das bläst dich weg einfach. Genau, und aus diesem Grund hätte ich folgende Songs auf die Playlist, es sind vier an der Zahl heute, mein Freund. Wir werden diese Playlist mal richtig so richtig aufmopfen, weil wir sind kurz davor, 200.000, 200.000 Playlist-Abonnenten zu haben und die sollen auch wirklich belohnt werden mit richtig guten neuen Sachen. Und zwar möchte ich einmal Prophets of Rage, ein älterer Song, also fast älter, von ihrem Debütalbum, Unfuck the World, hätte ich gerne drauf. Mega Song, ich behaupte mal, den haben wir schon drauf. Nee, habe ich vorhin extra geschaut, haben wir nicht drauf. Dann möchte ich, äh, warte mal, warte mal, warte mal, ich mache das hier gleich in Echtzeit, schaue ich mir das an. Prophets of Rage, Unfuck the World. Dann möchte ich als nächstes, Cyprus Hill, Insane in the Brain, hätte ich saugerne drauf. Dann möchte ich, weil, ähm, wir jetzt so eine geile Zeit mit Trailer Park hatten und weil es doch immer noch Leute da draußen gibt, die Trailer Park nicht mögen und finden, das ist eine asoziale Bande, ähm, die, äh, frauenfeindliche Texte singt und das alles ernst meint, äh, was bei Trailer Park natürlich null so ist, sondern die verarschen einfach den Hip-Hop an sich, ähm, und treiben es so auf die Spitze, ähnlich wie Kai Z, äh, möchte ich, ähm, was richtig Softes, Seichtes, textlich auch, äh, von Trailer Park draufhauen, das ist endlich normale Leute. Leute, ich zitiere, ich zitiere, ich zitiere, äh, scheiße, jetzt wollte ich zitieren und mir fällt das nicht ein. Ich hab gefragt, ob du behindert bist. Ich hab gefragt, ob du behindert bist. So, diesen Song hätte ich gerne und dann hätte ich gerne von Timi Hendrix, ein mega geiler Typ, einer der, ähm, großartigen vier von, von Trailer Park, äh, Timi Hendrix aus seinem Album Zwei-Zimmer-Küche-Bong schlaflos in Guantanamo. Den hätte ich auch gerne noch drauf. Der muss man sagen, der hat schon geile Wortspiele. Der hat mega gute Wortspiele. So, das waren meine vier Songs. Ich auch noch von Trailer Park, bleib in der Schule dazu. Ah, okay. Hatten wir nämlich auch nicht drauf. Hm. Okay. Leute, es war mir eine Ehre, diesen Podcast heute alleine zu dürfen. It's your show, it's your show. Now, the next time musst du wieder übernehmen und dann ist es wieder your show, baby. So, äh, Hat mich gefreut. Ja, mich hat es auch gefreut. Wir hören uns nächste Woche in alter, frischer, vielleicht mit etwas erfrischenden Themen. Dieses Mal, äh, mussten wir das stinkende Deutschland uns zur Brust nehmen. äh, aber, seid froh, ab jetzt sind wir unter uns. Tschüss und vielen Dank. Tschüss. Das war der Hämatom Beichtstuhl, der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom YouTube Channel, um keine Folge zu verpassen. som wir langsam zurück civilians Editor im restetf says in máassung. Iungen es um ein Alternative Quindi. müssen wir sehr sagen.